Hat sich fast nichts verändert. Ist das gut oder schlecht? Gut. Und schlecht. Es sind fünf Jahre vergangen. Die Zeiten ändern sich halt einmal. Wenn man weg ist, dann ist man halt mal weg. Aber deshalb ist man hier doch noch lange weg. Schließen! Schließen! Kathi, ich bin's. Die Jo, ich brauch die. Irgendwas ist da passiert, das spür ich. Ich muss da hin. Mach dir keine Sorgen, okay? Walter, Hubert. Ihr müsst es nach Indien. Kommt überhaupt nicht in Frage. Wann kommen wir hier? I'm looking for my friend Jo. Have you seen her? We are searching both of them. Alle zwei. Zwei. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen meditieren und so. Also, ich weiß nicht, was das bringen soll. Oh. Na, ist sauer, Jo. Treibst ihn doch bloß wieder rum. Ja, Jo! Noch ein bisschen zurückkommen. Nicht wegen mir. Sag einmal, wo ist Kathi? Wie, wo ist Kathi? Das weiß ich nicht. Aber die sucht dich doch in Indien. Was? Wow. Zur Wahrscheinlichkeit gehört eben auch, dass ab und zu mal was Unerscheinliches passiert. Was schaust du denn so blöd? Ich schau nicht blöd. Denk positiv. Ich bin auf und schau nicht. Nein! Ich bin auf und schau nicht schlecht. Ja, ich bin auf. Ich bin auf und da nicht so blöd. Ich bin auf. Ich bin auf dem Schau? Untertitelung des ZDF, 2020